Das Online-Portal Finanzszene berichtete heute, das riecht nach Banken-Hilfspaket und sprach von risikolosen Erträgen für die Banken. Da haben wir uns natürlich gedacht, das schauen wir uns mal an. Die Bundesregierung hat in den vergangenen Tagen wirklich zahlreiche Hilfsprogramme aufgelegt, auch und insbesondere für die deutsche Wirtschaft. Aber es gab zunehmend Beschwerden aus dem Bereich der Mittelständler, dass sie keine Kredite mehr erhalten. Das lag daran, dass die Banken immer noch 10 bis 20 Prozent der Kreditsumme auf ihre eigenen Bücher nehmen mussten. Das heißt, wäre ein Unternehmen ausgefallen, wären 10 bis 20 Prozent bei ihnen verloren gegangen. Und die Banken mussten nach wie vor eine Kreditwürdigkeitsprüfung vornehmen. Diese ist natürlich in Tagen von Corona, wo die Folgen noch überhaupt nicht richtig einschätzbar sind bei vielen Unternehmen, sehr, sehr schwierig. Nun hat die Bundesregierung dieses Hilfsprogramm nachgebessert. Die Banken tragen nun keinerlei Risiko mehr, sondern der Staat haftet für die komplette Kreditsumme und es findet auch keinerlei Kreditwürdigkeitsprüfung mehr statt. Die Banken sind praktisch nur noch ein gewisser Dienstleister und erhalten dafür nun wirklich für diese risikolose Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung sowie eine Vergütung, die sich an der Kreditsumme orientiert. Auch wenn diese Maßnahme natürlich nicht damit vergleichbar ist, was die Bundesregierung zum Beispiel im Rahmen der ganzen Bankenrettungen unternehmen musste, hat das Ganze natürlich trotzdem einen Beigeschmack. Denn die Banken profitieren trotzdem von diesen Maßgaben. Denn erstens bleiben ihnen die Kunden nun erhalten. Sie können ihre Kunden mit Krediten versorgen, auch wenn sie dafür keinerlei Risiko tragen. Und zweitens gehen die Unternehmen nicht pleite. Das heißt, die Hoffnung besteht, dass sie mittel- oder langfristig, zumindest bereits vorher bestehende Kredite, an die Banken zurückzahlen. Und drittens erhalten die Banken eben diese Aufwandsentschädigung, bei der aber auch gewisse Details noch ausstehen, wie diese geregelt wird. Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass an den Vorwürfen von Finanzszene durchaus etwas dran ist. Und es stellen sich Fragen, wie zum Beispiel, hätte man das Ganze nicht auch so regeln können, dass die Banken noch etwas mehr aus der Verantwortung genommen werden, nicht wie bisher noch mit 10 bis 20 Prozent haften, sondern mit noch weniger haften. Und es stellt sich auch die Frage, ob man nicht die Kreditwürdigkeitsprüfung etwas hätte lockern können. Und nun fällt tatsächlich komplett die Kreditwürdigkeitsprüfung weg, was auch dazu führen kann, dass wirklich Kredite ausgereicht werden, die eigentlich nicht mehr ausgereicht werden sollten. So stellen sich hier wirklich einige Fragen, die in den kommenden Tagen und Wochen sicher virulent werden. Und als Finanzwende haben wir uns zum Ziel gesetzt, da genau darauf zu achten, dass nicht Steuergelder verpasst werden oder wieder Banken zu stark subventioniert werden. sind sie ab. Und dann machen Sie Facultyometrage Die Kreditwürdigkeitsprüfung